Hallo, ich bin Martina Meierschmid von der Hundeschule Tandem in Betzweiler-Welde, das ist im Landkreis Freudenstadt. Ich lebe hier auch mit meinen beiden Hunden und meinem Mann. Natürlich immer in der Reihenfolge, andersrum wäre geschickt. Heute geht es um das Trainingsthema Klick vor Blick. Das kann man gut einsetzen, wenn ein Hund mit Menschen nicht so gut zurechtkommt und die gerne mal, wenn sie einfach so auftauchen, verbellt, verknurrt, kräftig in die Leine steigt. Und sich ungebührlich in Anführungszeichen verhält. Es hilft ungemein dabei, dass ein Hund lernen kann, wenn er einen Menschen auftauchen sieht, sich besser zu fühlen und langfristig auch sich besser zu verhalten. Klick, großartiges Mädchen. Klick, großartig. Klick. Klick, wir geben. Große, große Maus. Wir fangen mit der Übung an, dass wir den Hund schon mal darauf einstimmen, dass wir jetzt mit ihm arbeiten und ihn aufwärmen. Das heißt einfach, dass man ein paar bekannte Übungen macht, sich die Pfote geben lässt, ihn mal hinsitzen lässt und dieses Verhalten dann jeweils mit seinem Belohnungswort, also dem Markersignal markiert und entsprechend belohnt. Pfote, klick, großartig. Sitzen, klick. Großartig. Kannst du jetzt stups? Klick. Oh, großartig. Uhr. Wih. Ja. Hübsite. Hübsite.